Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal gemeinsam an, was denn so eine S-Klasse der W221-Baureihe gerade im Moment so kostet. Dafür bin ich hier wie immer auf Mobile. Jetzt kippen wir erstmal ein. Natürlich Marke Mercedes-Benz und Modell ist dann die S-Klasse. Wir gucken jetzt einfach mal nach allen Modellen, also egal welche Motorisierung. Erstzulassung war damals ab 2005, Ende 2005, also September 2005 sind die ersten 221 S-Klassen sozusagen ausgeliefert worden. Und Kilometer machen wir mal bis 150.000. Ja, ich bin mal gespannt, ab wie viel Euro man die denn aktuell bekommt. Ich denke, dass es relativ günstig starten wird, aber da werden wahrscheinlich auch ein paar Leichen dabei sein, die im Nachhinein seinem Unterhalt viel mehr kosten werden. Die erste ist hier in Italien ab 9.500. Ja, gut, das werden wir jetzt mal überspringen. Gucken wir mal in Deutschland. Hier die allererste, die es gibt, S350 Benziner. Wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass vielleicht eher die Dieselmodelle als erstes kommen. Aber anscheinend sind hier die S350 Benziner eher die billigen. Hier für 12.000 Euro haben wir die erste. Okay, der steht jetzt auch in Spanien. Das ist doch nicht so gut. Dann gehen wir mal ein bisschen runter hier. Berlin auch nicht wirklich perfekt. Aus Berlin sollte man dann eher kein Auto kaufen, heißt es immer. So hier S420 CDI, der müsste ein V8 verbaut haben. Können wir ja gleich mal gucken. 14.500. Finde ich persönlich schon ein bisschen teuer. Aber klar, mit unter 150.000 Kilometern kann man da auch nicht viel weniger erwarten am Preis. Wenn man da bis 200.000 Kilometer eingeben würde, wird es wahrscheinlich auch Autos so um die 10.000 Euro geben. Den hier finde ich persönlich jetzt eigentlich ganz schön. S420 CDI, also das ist ein Diesel, der einen 4 Liter V8 Motor verbaut hat. Also V8 Diesel. Ist wahrscheinlich, was den Fahrkomfort angeht, extrem geil zum Fahren. Und ja, was hat er denn hier für eine Ausstattung? So die klassische S-Klasse Ausstattung mit Sitzbelüftung, Sitzheizung und Memory Sitzen vorne. Der hier hat sogar die Night Vision, also bei der man dann sozusagen auf seinem kleinen Bildschirm vorne eine Kamera hat, die dann nachts für eine bessere Sicht sorgt. Sieht meiner Meinung nach ganz schick aus. Hier beim letzten Bild hat man irgendwas gesehen mit dem Kotflügel, dass der schon mal lackiert wurde oder so vorne. Aber naja, an sich ganz okay. 108.000 Kilometer geht auch. 320 PS, also der hat auch ordentlich Power und wahrscheinlich auch ordentlich Drehmoment kombiniert. Zum Beispiel bei 9,4 Liter laut Hersteller. Ist eigentlich ganz okay für so ein großes Auto mit V8. Wie auf dem Foto zu sehen wurde, wurde das Fahrzeug nicht fachlich an der Kotflügel lackiert. Ja gut, das muss man vielleicht für 14.5 noch damit rechnen, dass da einige Sachen nicht ganz perfekt sind. Hier steht eine ganz schöne von einem Privatanbieter S350 wieder ein Benziner. Der gefällt mir jetzt schon eher vom Aussehen. Wurde, so wie es aussieht, auch umgebaut, was die Optik angeht. Ja, wir haben hier halt eine AMG-Optik. Also sieht man hier an der Stoßstange und am Grill, dass das verändert wurde. Die AMG-Felgen von damals, die ich extrem geil finde. Gut, grau im Innenraum ist immer so eine Sache. Die ist dann wieder verkauft, wieder relativ schwierig, weil die meisten Leute keinen grauen Innenraum wollen. Ja, hier ein bisschen so Spielereien mit AMG-Logo und so, obwohl es nur ein 350er ist. Aber, ja, V6-Motor verbaut, der eigentlich relativ solid ist. Die Motoren bei den Baureihen oder bei der Baureihe sind eigentlich allgemein relativ solide. Also auch der V8 beim 500er ist eigentlich ein Motor, der keine Probleme machen sollte. Aber, ja, können wir mal weiter. Ein Bild von hinten ist jetzt gar nicht drin, aber so wie es hier aussieht, hat er auf jeden Fall die Facelift-Rückleuchten, das haben relativ viele damals umgebaut. Ist sogar einer der ersten vom September 2005 mit 144 gelaufen. Und, ja, dem 4 Liter, ne, 3,5 Liter V6-Motor. Also, wie man sieht, bekommt man so um die 15.000 bis 16.000 Euro rum ein Modell mit unter 150.000 Kilometer gelaufen. Hier sogar ein 500er. Und, ja, das sind dann natürlich immer die Vor-Facelift-Modelle. Das Facelift sieht meiner Meinung nach noch ein bisschen frischer aus. Da kann ich jetzt mal gucken, für wie viel Geld man denn das erste Facelift bekommt. So, jetzt habe ich das erste Facelift gefunden. Dabei handelt es sich um den S400 Hybrid, den es damals gab. Den würde ich euch aber persönlich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil, ja, wer weiß, was bei so einem alten Hybrid, der jetzt auch schon mittlerweile zwölf Jahre alt ist, alles passiert. Wenn da mal was kaputt geht, kann es schon relativ teuer werden. Und ob das noch alles auch so gut funktioniert wie am ersten Tag, ist auch fraglich. Deswegen würde ich eher von diesen S400 Hybrid, die relativ günstig im Einkauf sind, Abstand halten. Die Technik, wie sie jetzt auf dem heutigen Stand ist, war damals auch noch nicht so ausgereift, was die Elektroautos angeht. Und, ja, falls ihr mal so ein Ding gefahren seid oder so, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben und eure Erfahrungen mit dem Auto teilen. Aber ich persönlich würde davon eher die Finger weglassen. Beim Durchscrollen fällt einem auch auf, dass es einfach extrem viele Umbauten gibt. Also hier zum Beispiel wieder ein 350er auf Facelift 65er Optik umgebaut. Also die diversen Umbauten gibt es da irgendwie. Bei den S-Klassen auch hier alles Mögliche wieder verändert mit anderen Heckleuchten, andere Heckstuhsstange, andere Frontstuhsstange, wahrscheinlich auch andere Schweller. Also es gibt viele Leute, die sich hier ein bisschen verkünstelt haben mit den Autos und da die krassesten Umbauten gefühlt gemacht haben. Würde ich mir immer persönlich ganz genau anschauen, ob das alles mit den Spaltmaßen und so auch stimmt. Hier von weitem sieht es schon ein bisschen komisch aus beim Frontscheinwerfer, was die Spaltmaße angeht. Da würde ich auf jeden Fall ganz genau hinschauen bei den Umbauten. So, hier habe ich jetzt das erste normale Facelift-Modell sozusagen gefunden, also kein Hybrid. Der hat jetzt einen 350 Diesel verbaut mit 258 PS. Sieht ein bisschen nach Rentenausstattung aus, aber an sich bekommt man so ab 20.000 Euro dann die ersten Facelift-Modelle. Der hat jetzt auch ein paar Blessuren, also ein paar Kratzer und so weiter, aber gut. Man bekommt natürlich auch Facelift-Modelle schon viel, viel billiger. Wenn man die Kilometer jetzt auf 200.000 stellen würde oder bis 250.000, wird man wahrscheinlich auch Facelift-Modelle schon für 14.000, 15.000 Euro bekommen. Aber bei über 200.000 Kilometer würde ich dann auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, ob die Services auch immer gut gemacht wurden und wie mit dem Auto allgemein in der Vergangenheit umgegangen wurde. Und hier habe ich jetzt nochmal einen Facelift gefunden. Der hat hier auch schöne AMG-Felgen verbaut und kostet jetzt 22.000, mit 140.000 gelaufen. Baujahr 2010. Also man kann so ungefähr sagen, dass man so zwischen 21.000 und 23.000 schon gute Facelifts bekommt. Und für Vor-Facelifts muss man mindestens so 17.000 bis 18.000 Euro ausgeben, wenn man da was Gescheites haben will, was vielleicht auch noch so ein AMG-Paket von Werk aus hat oder so. Und ja, ich würde persönlich immer ganz genau bei den S-Klassen darauf achten, wie die wirklich gewartet wurden und ob da auch alles stimmt, weil viele Autos sind auch zurückgedreht oder da wurde irgendwas, ja, ein bisschen gepfuscht oder so, weil es einfach sonst die richtige Reparatur zu teuer gewesen wäre. Deswegen schaut euch die Autos auf jeden Fall ganz, ganz genau an, sonst kann es im Nachhinein noch relativ teuer werden. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare rein, welchen Motor ihr bei der S-Klasse nehmen würdet. Ich persönlich würde natürlich immer zum 500er greifen. Finde ich, passt am besten einfach in so ein 221 rein. Aber ja, vielleicht fahrt ihr ja selber auch so ein Modell und könnt eure Erfahrungen zum Auto, irgendwelche Reparaturen, die ihr machen musstet oder so, die teuer waren, unten reinschreiben. Und dann war es das auch schon wieder von dem Video. Schreibt mir auch gerne neue Videovorschläge unten rein und lasst ein Abo auf dem Kanal hier da, wenn ihr euch für Autos interessiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.